Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hasefeld in unserem Bio-Projekt. Es geht weiter, es geht weiter mit dem Physik zusammen. Hallo. So, ich kann nichts hören, der Traktor ist so laut. Alter Schwede. Leute, wenn ihr euch jetzt wundert, dass hier so ein bisschen grau ist, das hat damit zu tun, dass die Sonne gerade voll in meinen Keller reinballert und der Greenscreen übergelichtet wird. Aber ich musste das so umstellen, weil sonst war ich immer übergelichtet. Das will gleich weggehen. Und wenn die Sonne weiter zieht. Wo waren wir denn Schenke weben? Genau, ich habe Hülle gemacht. Genau, der Helfer muss auch getankt werden. Wir haben keine Sargut mehr. Ich muss jetzt hier mal rauszoomen, weil der Traktor ist so laut. Ja, meine Oma. Der haut mir die Löffel weg hier. Das ist nicht normal, der IHC. So, ich mähe jetzt mal. Ich mache es jetzt doch mal anders. Das ist zwar nicht ganz so, wie es sein sollte, das ist schon klar. Aber dass wir jetzt wirklich erst mal vorankommen. Und hier das Gras nutzen können. Mache ich das jetzt mal mit der Mähkombination hinten dran. Das ist zwar verkehrt rum in dem Sinne und eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil immer von der Rede, da ist alles blattpferd, bevor man es mäht. Aber, naja. Da wir keinen Frontlader jetzt aktuell haben oder keinen mit Fronthydraulik frei haben. Oder rückwärts. Ja, der hat keine Rückfahrt einrichtung. Oder? Hat der eine Rückfahrt einrichtung? Nee. Ja, ja. Hat keine Rückfahrt einrichtung. Ich habe hier keinen Bock, die ganze Zeit, weißt du, mit dem rechten Arm auf dem Beifahrersitz hier rückwärts zu fahren. So machen das nämlich die coolen. Weißt du, wenn du mal den Arm so auf dem Beifahrersitz legst und dich dann so halb verrennst. Wenn du rückwärts fährst. Achso, nee, weil mal. Das ist ja kein Rückwärtsgang. Im Fahrrad. So. Gut. Das ist ein bisschen Gras, was hier rauskommt. Die Barzellearmut, aber hat Arbeit, das sage ich euch. Hat ja gearbeitet. So. Oh, wenn wir nicht bald das Beckenlifter-Pack hier bekommen, ey, da kriege ich hier eine mittlere Midlife-Crisis. Ich werde das endlich haben. Vor allen Dingen die Sämaschine ist auch leer, ne? Ja, ich bin gerade dabei, die auch zufällig. Hätten wir schon das erste Mal mit unserem tollen Beckenlifter-Pack machen können. So. Sonntagfrüh um halb elf ist es. Naja, fast Mittag. Bei mir gibt es heute Ende beim Mittag. Die Oma hat gekocht. Ich habe es gestern gehört und da war ich schon ein bisschen leidisch. Das ist schon geil, oder? Ende? Ja, Ende ist echt geil. Gab es auch echt lange nicht. Aber die Oma, die ist da sowieso, ja, irre. Total irre. Weil die holt ihre Enten hier vom... Also, das sind ja keine Supermarktenden, was sie holt. Das habe ich mir, konnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Hey, hast du mal ein Ende gekauft? Also, da fällst du in Ohnmacht, gell? Ne, gekauft noch nicht. Also, ich selber noch nicht auf Weihnachten hatte die Beste von meiner Freundin Ente gemacht. Da haben wir gegessen. Aber, keine Ahnung, wie toll ist es so eine Ente? Ich glaube, also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, die hat für die Ende 70 Euro bezahlt. Ja. Und, äh, joa. Ja. Finde ich auch krass. Finde ich echt krass. Aber er hat gesagt, ich habe am Samstag und Sonntag... Nee, ganz, glaube ich, oder? Okay. Verwechsel das jetzt gerade. Ganz oder Ende? Irgendwas sagt er deine Frau gestern. Es gibt ganz Ende? Ja, ich wollte jetzt auch nicht mehr. Vielleicht gibt es ein ganzes Ende? Irgendwas, äh, wenigstens, aber ich glaube, ganz ist dann zu teuer. Ey, ist ja auch scheißegal jetzt. Ne, Ende kann nicht zu teuer sein, glaube ich. Ne, 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 auf gar keinen Fall. Du hättest auch viel Bescheid sagen. Ich hatte ja am Samstag, Sonntag, weil ich ja auf Jagd weißer Handtaler haben wir auch enten gejagt. Hat der Gefangene Ende, oder was? Ja, 22 haben wir geschossen. Mit der Schrotflinte? Mit der Schrotflinte? Ja, ich bin schon viel übrig gewegen von der Ende. Ja, da war noch was dran. Dass ihr, der noch jagen geht, dass ihr die Geduld für diesen Quark habt, also das wundert mich ja immer wieder. Manchmal echt anstrengend. Manchmal sitze ich hier und denke mir, ich muss jetzt was ballern, Alter. Wenn du so eine halbe Stunde durch den Wald gelaufen bist, denkst du dir, boah, komm jetzt. Also ich würde ununterbrochen an Ring auf Elysium denken, wenn ich das spiele. Da kommt wenigstens mal einer vorbei, innerhalb der nächsten fünf Minuten, den du wecknen kannst. Kennst du hier unser Andi, den kennst du ja hier auf Mello, den kennst du ja, ja klar. Der spielt ja auch ab und zu mal mit und der hat auch so einen nervösen, nervösen Finger, weißt du. Wir laufen so 10, 15 Minuten so ein Vieh hinterher, was weiß ich, so ein Elch oder Rotwelle hier schon die Spur aufgenommen. Da ist ein Rotfuchs geschossen, weil es alles in 500 Kilometer Entfernung ist, wieder weggerannt. Ist egal, Rotfuchs gefangen. Ist das dämlich. Das ist ja wirklich hohl. Ich glaube, dass wir waren aber die letzten zwei Male auch nicht dabei. Da haben wir ihm das mal freundlich gesagt, dass er das nochmal lassen soll. Schießerlaubnis entzogen. Ja, ist natürlich kacke, wenn du eine Viertelstunde sind, dass du so ein Vieh hinterher rennst und bist ja voll am Spuren und Pferden lesen und dann auf einmal ballert einer hier wild um sich wie John Jay Rambo. Das macht natürlich wenig Sinn, ja. Das macht wenig Sinn für die Jagd. Habe ich denn den Streiter abgestellt? Auch doch. Hast du den? Ja. Sehr gut. Oh. So. Werden wir hier einmal schön die Silage wegpressen. Und dann passt das. Und schauen wir mal, wie es aussieht. Was hast du gestern gestreamt? Wir haben angefangen mit dem Switch Sing Beta. Karaoke? Das war ich dann. Was? Äh, Karaoke. Ah nee, oder? Habe ich dann bang bang gesungen und dann haben die Leute gesagt, alter, hör auf. Bang bang bang. Was hier von Kill Bill oder was? Nee, von Ariana Grande hier und Nicki Minaj. Und dann kam der Rap-Time natürlich auf Englisch. Das kann man gar nichts mehr anbauen. Das können wir auch mal zusammen machen, so ein schöner Karaoke-Abend. Das geht auch zusammen, ja. Ja. Auf Twitter? Das direkt von Twitch? Das direkt von Twitch, ja. Ja. Das in Verbindung mit einem Trinkspiel könnt ihr äußerst, äh, äußerst, äh, äh, äußerst interessanten, äh, Highlights, äh, des Monats führen. Ja, und dann habe ich auf, äh, Subnautica durch, äh, angemacht. Und dann haben wir mal eben in, in einer halben Stunde, das, äh, Early Access durchgemacht. Die Story ist jetzt erstmal durch, dann musst du jetzt auch ein Update warten. Wow. Genau. Seht dann auch da. Vielen Dank für das Spiel in der Early Access. Warten Sie auf Update, damit die Story weitergeht. Moin, läuft. Ja. Und dann, ähm, wollte ich Arno streamen, aber das ging nicht. Darum nicht? Weiß ich nicht. Also, äh, bei mir alles flüssig, supergut. In UBS ist stockend die ganze Zeit. Und ich denke, was ist das denn, ne? Aber ich glaube gut, liegt vielleicht daran, dass ich kein Grafikkartentreiber-Update gemacht habe. Haben wir Grafikkartentreiber-Update gemacht? Um lieb immer noch nicht. Hast du es in Fenstermodus? Oder irgendwie mal? Ich hab Vollbild gemacht. Okay. Hab vielleicht mal Fenstermodus probiert. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen in die Beta von Asem da reingeschaut. Und dann hab ich Feierabend gemacht. Und noch ein kleines Mädel geradet. Ein kleines Mädel? Ja. Ja. Opfermagnet heißt die. Wow. War aber ne ganz süße. Aber hat ja geklappt mit dem Name, oder? Ja. 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 Ja, ist das geil! Ja, das ist toll. Jetzt hast du aber ein schönes Brett geknallt, Alter. Ohne Scheiß! Und nicht mal gecheckt. Und ich sag nur, ja. hat ja gut geklappt mit dem Namen, ich geh die Konten ey, Opfermagnet, ja gut, aber geiler Name, muss ich euch sagen, und jüngere Damen oder was? Ja, mein Alter so, also doch nicht eine jüngere Dame, okay, was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Sie hat Jurassic World, wie viele Zuschauer? Ich glaube, 4,90 oder so, okay, also mehr wie du oder was? Nö, ich hatte mehr, es ist immer nur so doof, du streamst dann so mit 110, 112 Leuten und auf einmal willst du raiden und dann sind dann nur noch, was weiß ich, 50 am Start, du denkst ja, weil ja auch nie jeder mitmacht, ja, du darfst auch immer nicht vergessen, dass viele, die zuschauen, also einige, die zuschauen, auch kein, kein Twitch-Konto haben, das stimmt auch, ja, das ist immer das, äh, bei diesen Swarpol, weil immer sagen, ja, so manchmal so wenig Stimmen, ne, 100 Stimmen, 300 Zuschauer oder so, äh, es haben auch ganz, ganz viele kein Twitch-Konto, so ein Beispiel, die können ja auch nichts schreiben, glaube ich dann, ne? Ne, ne, die können nicht schreiben, aber einer, einer sagt auch zu mir, ähm, der hat mal, Frizi, sei mir nicht böse, ich gucke jeden Stream von dir, aber ich schreibe nie was im Chat, ja, ja, das gibt ja auch ganz oft, kein Twitch-Konto, oder was? Ne, ne, doch, aber der zieht sich dann, äh, sagt er, äh, der hat dann den, ähm, Fire TV-Stick, zieht sie sich, äh, hat sich da die Twitch-App gezogen, legt sich auf dem Sofa und, äh, fühlt sich den Stream so, und hat den Chat gar nicht offen, der hat das dann nur Vollbild und sie dann nur, ja, und, was, ja, da gibt's tausende Möglichkeiten, wie Leute Streams schauen, also, das ist wirklich da, ich hab nur einmal, hab ich jemanden gesehen mit einem Viewer-Bot, wir haben, ja, ich guck ja manchmal, ähm, bei anderen, der lässt streamen so rein, ne, auch bei kleinen, ja, guck guck du auch öfters, ja, schmeißt er mal ein Hallo in die Runde und so, und, ähm, einmal habe ich welche gesehen, das war ein, glaub ich Österreicher, ich bin mir nicht mehr sicher, weil, keine Ahnung ist auch völlig egal, ähm, die haben, äh, weiß nicht, neunzighundert Zuschauer gehabt, da hat er eigentlich überhaupt niemand geschrieben, außer ich, und da hab ich mir dann mal die Zuschauer-Namen angeguckt, ne, ja, naja, da hab ich dann mal ein Chat geschrieben, warum im viewport benutzen und da der tatsächlich eiskalt gesagt ja wir wissen das mal halten viewport benutzen und so weiter aber man hat ja sonst keine chance vielleicht ein bisschen aufmerksamkeit zu kriegen und so weiter und so fort ich sage ja gut ich sage ihr seid auf jeden fall fällt das jahr tausend jahre ganz ehrlich ist es steht ganz klein in terms dass das nicht darf weil das ist ja auch nicht vergessen im viewport tut ich am ranking auch hoch so und das steht in den switch terms und wenn das einer mit kriegt will nicht wissen wie oft schon ein admin bei uns in den streams war auch bei mir waren schon ein paar wir sicherlich auch gerade hier ls 19 beginnen mit 2 3000 leuten gestreamt da schaut schon mal einer vorbei auch bei 500 würde ich behaupten schaut mal einer vorbei und da geht es mal ganz schnell auf wiedersehen mit dem viewport die merken das sofort ich habe ja auch dann natürlich merken die das ich habe sofort den typen da angeschrieben der soja ist es war sehr sagt er auffällig was war auffällig die streams mit 30 40 zuschauern und auf einmal baller das hoch auf 5 bis 600 von heute auf morgen müssen wir mal gucken was von sache ist es war ja das war bei der aber der ganz ding ja ja naja wenn wir uns halt dann gegenseitig stunden ist ja auch ganz klar ich meine ich habe glaube ich mit 3000 stream bei ganz ding war doch der abend glaube ich wo die 3000 erreicht wurden genau wer wer es naja wir machen die schon auge oder so ist nicht so ist nichts folge über deine geburtstagspartner unterhalten da wo du den günstiger setzen wolltest ist aber auch schön doof mehr der kunde der gerade der grache des abends immer aber er hat geburtstag ein marcel ja ja der geburtstag der mich auch unbedingt kennenlernen der gesagt den dazu mal bitte zu dir ein ja will unbedingt das ist was er ist halt wirklich sehr 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 coole typ also passt halt in die welt seit einer der nicht um heißen freilaber der dir die fresse sagt sofort was er von dir hält und das weiß ich halt immer sehr zu schätzen solche menschen weiter einfach ja labern nicht hinter dem rücken irgendwelchen wünsche ist und das ist halt gut die sagen dir den wünsche zeit direkt ins gesicht ja und das scheint schon korrekt für gut finde ich echt gut und sie mir immer sehr sehr lustige party ist ich sehr gerne hin ich habe schon zu ihm gesagt also du hättest auch zuschauer ohne hände so rasen gemäht perfekte mili grazia passt fertig geworden so gut stellen wir das mähwerk erstmal wieder ab für sie schwadert hier schön einen durch können wir direkt die ballenpresse anschmeißen hinterher ballern und dann geht das ab hier oder mit glättern erst mal den zaun hoch so wir sind aber erstmal fertig meine lieben freunde danke fürs zuschauen wir sehen uns natürlich in der nächsten folge wieder dass das däumchen da und schaut auch das nächste mal wieder rein bis dahin tschüss tschüss tschüss